Ja, wenn man so arm ist, sich keinen leisen Helikopter zu kaufen, dann ist es halt Pech. Genau, erinnert ihr euch noch, als es eine Sub-Challenge gegen Dizzy gab, dass man ihn noch überholt? Pepperidge Farm remembers. Oh, der Hoggart hier, der Hoggart, sagt hier. Ganz ehrlich, da werfe ich aber mal die ersten fünf Steine in Richtung der restlichen 980. Vielen, vielen Dank. Haubert, Mann, danke schön. Danke schön für fünf verschenkte Subs hier, Hoggart, danke schön. Und herzlich willkommen natürlich alle, die es gewischt hat. Ich sehe, Explore war am Start dabei, ausgezeichnet. Claude M ist auch wieder Sub jetzt. Nice, Sven, Sven Assassin auch, im 18. Monat schon. Jo, sehr, sehr nice. Ist auch ein guter Junge. Macht es euch sehr bequem hier. Den Rest darf Ghostmaster reinhauen. War das nicht so laut, ey, ich habe Angst vor dem Mann. Ich auch. Eine Angst nicht, gesunder Respekt ist es, glaube ich. Claude M, mit 31 Monaten, sehe ich hier auch schon, ist wieder mit am Start hier. So, so, und da sind wir auch schon wieder, hallo. Gegen Dizzy gab es, also, ja, da gab es doch so eine Sub-Challenge mit Dizzy und dass man ihn noch überholt und so. Haben wir doch auch geschafft, glaube ich. Ja, ich glaube, das haben wir damals geschafft, ja. Ja, klar. Nicht lange? Aber seitdem traut er sich auch nicht mehr, Errach. Ey, ganz ehrlich, seitdem wir halt Dizzy halt richtig verprügelt haben. Und das war's. Wir haben ihn richtig verprügelt. In UFC 4 hat er gar keinen Bock mehr. Nee. Da waren es nur noch 9,75. Ja. Schnell, mach ein Goal rein. Mach so ein Slash. Slash dahinter. Ja? Ja, und ein neuer Emotes-Lot. Dann hast du es blinken und er war so funkisch. Laufschrift auch. Ja, Laufschrift ist immer gut. Beweg, lass ich das sagen von zwei Streamern, die schon lange streamen. Bewegte Animationen in dem Bild zu haben, permanent, ist immer gut. Immer gut. Da muss immer viel Bewegung sein. Oh, ich gucke mal. Wer gefollowed hat, wer gesuppt hat. Oh, hier ist was. Oh, nee. Da ist eine harte Quest gerade aufgepoppt. Mock. Oh, Insektenplage. Erstmal ganz kurz die Quest. Die gefährlichen Schwärme. Also es wäre ein harter Angriff, würde kommen vom Mechanoiden-Cluster, ne? Aber wir bekommen dafür entweder zweimal Heiler-Mech-Serum. Das macht die Narben weg. Steht da. Oder einmal eine Autoschrottflinte legendär und Langbogen legendär. Oder einmal 39 Ruf. Ja, aber nee, danke. Nee, ich weiß, es ist zu hart. Da würde eine ganze Armee kommen von Mechs. Nee, wir haben auch gerade Insekten. Die kommen wieder in den Knast. Ach, ja moin. Ja, ich weiß. Okay, dann, ja. Ja, dass sie erstmal kommen und dann müssen wir uns da vorstellen. Wir können uns doch hier so hinstellen und da einfach warten. Die werden ja von den Gans erstmal hart auseinandergenommen dann. Ja, stimmt. Warte mal. Ich mach das schon mal eben. Hier so. Ich hol die Jungs mal. Warte mal, ich hab ne Idee. Genau, du machst das, okay? Ich mach mal ganz kurz was. Zabich hat es wieder gejinxt. Ich glaub auch. Ja, Kolonien sind noch erstaunlich lebendig. Und auf einmal kommen die Viecher wieder. Er hat keinen Bock mehr. Ich hab da was von Monopoly gehört, Mocker, sagt Arach. Ja, Monopoly. Ja, Monopoly ist Dizzy, aber auch der Pimp schlechthin. Mal ernsthaft, da kommt die schlechteste Seite an einem Dizzy heraus. Der spielt das halt einfach gemein, ja. Der spielt das einfach zu ernst, zu serious. Als würden ihm wirklich die Hotels gehören. So verhält er sich. Ja. Als wäre wirklich ihr Hotelier. Okay. Ja, ja, geht mal schön auf die Gans. Geht da schön auf die Gans. Ich schnappe den Cherie hier gleich wieder. Der geht in den Nahkampf bei den Viechern. Noch nicht, noch nicht. Noch nicht. Die Autoschalkan. Ausgewichen hier. Guck mal, wie Cherie ausweicht. Siehst du das? Der tankt das so weg. Und Hashtag unverletzt hier, Cherie. Cherie, Hashtag unbesiegt. Ja, erledigt hier. Erledigt. Okay. Dann lass uns mal wieder hier das klären. Ey, schick mal Block auch mal wieder nach Hause. Ich geh mit Cherie da rein jetzt. Pille, ich nehm Pille. Cherie blutet nur. Linker kleiner Finger wurde nur kurz abgeschnitten. Okay, Pille tötet die außen, okay. Da hat er kurz weggebrummt einfach. Jo, mach mal. Hat er kurz... Linke Finger ab. Hat er einmal draufgespuckt, das einmal in Dreck gesteckt und dann ist das wieder gut. Das wird Cherie da. Genau. Bisschen Kreuzfeuer abgekriegt. Aber alles in Ordnung, genau. In Säcken sind einfach keine Gefahr mehr für diese Biber. Ey, mal die Teufel nicht an der Wand, Mathur. Wann spielt ihr mal Among Us mit der Community? Oh, das ist eher ein Mockers Game. Mockers, der hat bessere Lügner als ich. Ich lüge nicht. Und das war eine Lüge. Hat man kaum gemerkt, oder? Stimmt auch. Dizzy ist noch was besseres als Hotelier. Er ist Twitch-Partner. Biber Pimp. Ja, hatten wir ja vorhin. Das stimmt. So, es lebt hier noch was. Irgendwas lebt hier noch. Ja, Cherie hat dir alle Druck gemacht hier. Drinnen ist alles weg? Ja, alles weg. Alle Nester weg. Alles niedergetrampelt. Schön auf die Ameisenhaufen draufgetreten in Sächerie. Schön noch raufgepinkelt, ne? Ja, gepinkelt auch noch. Habe ich kurz Pibin gesehen. Pibin. Pibin. Pibin spricht man das aus. Pibin. Wo wir bei das Schlechteste im Menschen wären. Bei Among Us. Oh, Among Us, ey. Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, dass das super viel Bock macht auch. Aber nicht mir. Wieso? Ganz ehrlich. Also, ich kann nicht sagen, was passieren wird. Die Leute würden mir einen Scheiß glauben. Einen Scheiß? Ich darf da nicht reden. Also, alles wie immer. Ja, alles wie immer. Also, ich darf da dann nicht reden. Doch. Nee, wenn ich rede, würde ich sagen, oh, das ist Mord. Du sagst dann einfach, ja, ich kann das gar nicht gewesen sein. Ich war gerade im Ventilatorraum. Im Vent, ja, ja. Ich war im Vent. Ich war gerade in den Vents. Ich kann das gar nicht gewesen sein. Ich war gar nicht in der Nähe. Ich war am anderen Ende der Karte in den Lüftungsschächten. Richtig. Also, Bock hätte ich drauf, natürlich. Also, ich kann lügen. Aber. Ich kann mich noch erinnern, als hier Raubling und Andi Def und so das das erste Mal gespielt haben. Dann Raubling schreibt so auf Twitter so, ey, das hat voll Bock gemacht, voll nice. Und Andi Def so, ich weiß noch nicht, wie ich empfinden soll. In der Richtung kam das so. Weil mir haben sich heute richtig Abgründe aufgetan, wie gut manche Leute lügen können. Natürlich. Da bin ich menschlich, bin ich noch ein bisschen enttäuscht drauf von den Menschen. Also, ich kann aber, was das Gute ist, ich kann aber auch extrem gut so tun, als wenn mich das wirklich wütend macht. Das kann ich auch. Ich sage ganz ehrlich, Leute, Alter, ohne Scheiß, ich war das jetzt nicht. Was soll das jetzt hier? Mokka sagt nur aber und wird direkt rausgevotet. Ich kann das auch noch mal. Also, schlecht auch. Exzellent. Sehr gut. Amangas macht so sehr echt Spaß. War auch immer richtig schlecht. Ein Wehrwolf. Oh, warte mal, das war doch auch so ein Brettspiel oder so ein Kartenspiel Wehrwolf. Ich erinnere mich da ganz dunkel. Das haben damals mal Leute beim Bund ein bisschen gespielt, glaube ich. Was braucht der eigentlich? TTT, das ist doch dieses Trouble in Terrorist Town oder so. Ist doch im Prinzip doch das Gleiche. Vom Sinn so. Man muss sich bei Amangas einfach mal so Clips anschauen von den Amis, wie XQC. Das ist einfach krass, wie die bei dem Spiel wegtilten. Mokka fängt doch dann fies zu kichern, wenn er lügt. Das kann natürlich auch sein, dass sich das dann verrät. Kann ein Spiel, hat mega Spaß gemacht. Also ich müsste mich dann wirklich in das richtige Mindset versetzen. Aber ich glaube, dann kannst du es schwer rausholen. Aber wenn ich nicht da, wenn ich unkonzentriert bin, fange ich an zu kichern. Dann sage ich, hallo, nee, ich mache das nicht. Entschuldigung. Ich hallo, nee. Hört ihr mal auf, mich ständig zu beschimpfen. Den Finger auf mich zu zeigen, dass ich das hier gewesen sein soll. Tanda, ich grüße dich. Moin Moin, hi. Man soll es auch mit Leuten spielen, die man kennt. Ich glaube, dann ist es besonders lustig. Na klar, natürlich. Ja, das ist halt auch so ein befreundetes Dreamerspiel. Das ist super dafür. Aber ganz ehrlich, ich bin da halt auch ehrlich, ich würde zum Beispiel Raubling gar nichts glauben. Gar nichts. Raubling würde ich gar nichts glauben. Nichts. Nichts, was aus ihrem Mund kommt, glaube ich. Soll da richtig gut drin sein. Ja, weiß ich. Weil Raubling ist so eine... Raubling denkt man so, ach komm, Raubling ist eigentlich eine ganz... Nein, ist sie nicht. Raubling ist nicht lieb. Die macht da so ein ganz unschuldiges Gesicht dann. Raubling tut nur, als wenn sie lieb. Raubling ist der Wolf im Schafspelz. Das ist Raubling. 100 Prozent. Bei solchen Spielen auf jeden Fall. Ja, 100 Prozent. Und das kann... Mir muss niemand sagen, dass Raubling extrem gut in der Among Us ist, weil das weiß ich vorher schon. Das hätte man sich auch vorher schon denken können. Ja. Ich würde genau die andere Schiene fahren. Einfach immer behaupten, yep, ich war's. Ja, ja. Ja, dann wirst du raus geworden und dann? Ja, dann bist du raus. Das ist aber nicht das Ziel. Deswegen, das kann man so nicht sagen. Raub hat diesen Weltenblick. Genau das. Genau das. Das kannst du nicht sagen. Ja. Ja, ich war's. Alles klar, ich war's. Nee, kannst du ja nicht. Du willst ja halt auch gewinnen. Ja, ich wäre auch so ehrlich, Leute. Ganz ehrlich, pass mal auf. Ich war das, okay? Können wir mir mal verzeihen? Hat nicht jeder eine zweite Chance verdient? Das war... Da ist mir das Messer halt auch rausgerutscht kurz. Ich hab mich verdrückt. Ja. Kann das nicht jeder? Ja. Genau. Doch, doch. Dann wissen die anderen nach ein paar Runden, dass ich einfach laber. Ah, so eine... Umgekehrte Psychologie. Ja, so ein bisschen Vorbereitung sogar für Late Game. Sabi spielt auf Late Game dann. Also bei Sabi wäre das so eine Sache, wenn Sabi nicht reden würde, dann wüsste ich, dass Leute, wenn Leute sagen würden, ja, Sabi war das. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sabi das war. Und Sabi würde dann nichts sagen, war es Sabi auch. Weil wenn man Sabi, glaube ich, beschuldigt, sagt sie einfach nichts. Ja, bin mit der Maus, hast du ausgerutscht. Ja, ja, ja. Schon fünfmal gestorben, aber dann gewinnt Sabi. Ja. Dann rechnet nämlich keiner mehr damit. Ich fühle mich ertackt. Ich würde auch Sabi dann, ich würde versuchen, Sabi zu zwingen, einfach zu sagen, Sabi, sag bitte ein Wort. Sag einfach nein. Und ich sage so, nein. Okay, Sabi, war es. Hundertprozentig war es, Sabi. Ja, so wird das am Laufen. Weil in der Situation ist, glaube ich, besser nichts zu sagen. Run geht um Among Us. Among Us. Goddammit. So schätze ich Sabi halt ein. So, cool, Alter. Ich habe hier, wie du siehst, ist das Krankenhaus schon mal ein bisschen, wird noch ein bisschen größer hier. Ausgezeichnet, kommen da in Intensivbetten hin, wa? Überall jetzt Intensivbetten, die anderen sind schon weg. So, haben wir wieder Leder. Kann Tass wieder was machen? Ich glaube, ja. Jo. Boah, haben wir keinen Stahl mehr? Jungs, baut mal hier ein bisschen Stahl ab hier. Ab in die Mien von Moria. Aber Honolulu jetzt hier. Komm, Tass, mach mal die zehn Hosen ready hier. Da liegt noch eine gute Hose aus Nanofaser. Ach, von der Leiche getragen. Sabi ist ein offenes Buch. Nee, Sabi, aber wir kennen uns schon ein bisschen, ja? Das stimmt. Ey, wir kennen Sabi schon richtig lange auch. Ne? Und das ist halt irgendwie... Ah, ich sehe hier gerade was. Ach, schade, doch nicht. So einfach mit der verunreinigten Kleidung. Ja, schade, schade. Moment, ich kann noch eine zweiten. Ah, ich guck mal. Was hast du denn da gerade vor? Alles löschen und dann nur die verunreinigte. Alles löschen willst du gerade? Ja, ja, ja. Und dann jede Qualität verbrennen, die verunreinigt ist. Okay. Habe ich jetzt gemacht, einen zweiten Befehl für Kleidung verbrennen gesetzt. Und dann zwar geht das nur um die verunreinigte Kleidung. Okay. Es wird immer verunreinigte Kleidung verbrannt. Super. Sehr gut, weil wir haben ja auch keine Möglichkeit, das sauber zu machen. Nee, so weg damit. Bloß weg damit mit dem Scheiß. Genau, Kleidung flicken bzw. sauber machen. Da gibt es auch eine Mod für Graukelbart. Der Fledermaus kennt sich da aus. Also wenn du um... Ey, der Fledermaus kennt sich richtig aus, was die Mods angeht. Und es gibt da so eine Waschmaschinen-Mod, wo man dann im Prinzip das sogar noch ins Gameplay integriert wird, die Kleidung wieder zu reinigen und so. Äh, ja, Cherry, ich weiß, was du meint, aber das sieht halt dann scheiße aus. Ja, Vitalmonitor wäre nice. Ja, mach ich doch daran, aber das sieht halt scheiße aus, wenn sie, wenn sie... Ich will die Bett nicht so nah bei uns. Ah, nö, so ist gut. In unserem Krankenhaus hat man auch ein bisschen Raum für sich. Ein bisschen Raum für sich. Achso, nee, man braucht nur ein für zwei. Achso. Ja, egal. Man hat ein bisschen Raum für sich. Ja, okay, dann... Ja, gut, dann machen wir das so. Ja, natürlich. Aber da kann man richtig viele Bauteile sparen auch. Ja, wir bauen die aber jetzt, die Bauteile. Man hat ein bisschen Raum für sich hier im Krankenhaus. Achso. Ich mach hier ein bisschen Raum hin. Okay, so dass man sich nicht mehr in dem Bett stellen kann, um zu behandeln? Doch, kann man. Geht das auch unten? Ich dachte, es geht nur am Kopfende. Nein, nein, nein. Okay. Ist alles gut. Die Schweine im Krankenhaus. Hey, lass die, lass die. Dürfen die ja nicht rein, oder was? Ja, immer über Bauteile weinen, aber da mal die Sau rauslassen, wach? Nee, Cherry, jetzt können wir sie ja auch automatisiert bauen. Jetzt brauchen wir nur noch Stahl. Mehr müssen wir nicht mehr haben. Wir können sie ja selber herstellen, die Bauteile, ohne sie zu finden. Und dann will ich natürlich, ab dem Punkt bin ich super großzügig. Nicht nur, ich wollte diesen Punkt erst mal erreichen. Fledi, natürlich, bestimmt, klar, das interessiert bestimmt einige. Hau raus, im Discord. Ich hab das Modpack erstellt, das kann ich ja mal im Discord posten. Na klar. Wenn das alles so vernünftig funktioniert, klar. Am besten auch mit der Modorder und solche Sachen dann, ne? Ja, ich glaub, das geht damit einher, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß, dass das Rimbelt auch ein bisschen automatisch macht. Mhm. Aber du sagst halt immer, das ist nicht gut. Ich weiß nicht, warum du so viele Vorhänge baust, weil Stoff haben wir gar nichts eigentlich. Egal, da kommt was nach. Lass doch mal die Vorhänge. Ja, okay, ich sag's doch nur. Gubi, wenn du im Krankenhaus wärst, hättest du nicht gerne einen Vorhang zu deinem Nachbarn? Nö. Echt nicht? Ich guck da richtig rüber. Ich guck da richtig rüber. Muffalo wurde verletzt und greift sofort an. Nee, nee, Muffalo hat gar nichts angegriffen. Okay. Ja, Ella, dann mach auch Doth. Was hat sie denn jetzt? Ja. Hast du das gesagt, oder? Ja, hab ich ihr gesagt jetzt. Ja, sie wurde einmal getroffen, deswegen ist sie weggelaufen. So. Ja, wir hatten kein Fleisch mehr, da dachte ich mir, so zwei, drei, vier Muffalos machen wir mal eben weg. Dann ist das ein Lagerwehr voll. Guck wie so ein Eier-Erlurken-Modus mit Krankenhaus, ja. Gern gesellschaftliche OP. Na klar. Ja, natürlich. Alleine kann ich das nicht, nur. Wie gesagt, ich find das ganz gut. Oh gut, mach das. Mach mal, mach mal, mach mal, mach. Bei Kio oder bei Ski? Ski. Komm, hier geht die Pipi machen. Der von uns auch zum Schutz der anderen. Genau so sieht es nämlich aus. Auch in unserem Krankenhaus werden Masken getragen. Na? Mindestens. Ich glaube, wir werden bald den Punkt erreichen, wo wir halt ein bisschen anbauen sollten. Eventuell. Hm. Hm. Ich gucke im Krankenhaus. Ich kann nur, wenn einer guckt. Ja. Nee, das kann ich überhaupt nicht. Oh, nee, nee, nee. Heißt bei, bei, äh, bei, also B-P-A-I, also jetzt Karaoke ausgesprochen, bei Ski, ist, ist, ja, ist Pipi machen. Ski von Ski und Kii, also eigentlich so K-I-I zum Beispiel, Kii, wenn man die deutschen Buchstaben so aussprechen möchte, ist, ähm, groß. Ist Nummer zwei. Und Ski ist Nummer eins. Ja, wir haben heute schon das thandesische Wort gehabt. Ja, bei Ski heißt Klein, ja. Das thandesische Wort des Tages ist, äh, Nyan. Ich glaube, wir sprechen das falsche raus. Nein, Nyan. 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 Nyan bedeutet Horny. Horny. Nyan. Nyan. Okay, groß. Ja, das ist richtig. Das heißt, okay, groß. Es gibt groß und okay, groß. Mich wundert das ein bisschen, dass nicht so viele Händler sind hier. Normalerweise, sobald du halt so eine orbitale Station hast, beziehungsweise eine Funkanlage, kommen die Schiffe eigentlich öfter mal rum? Ja, ja, oft. Ist Kii, ist Kii, ist ein Wort. Ja. Kii ist, bedeutet wirklich Scheiße. Scheiße. Ja. Also Kii bedeutet wirklich Scheiße. Und Kii in Kombination mit irgendwas heißt sowas wie Scheiß das. Genau. Ähm. Es gibt zum Beispiel etwas, das habe ich selber noch nie gehört, aber man hat es gesagt, so dass es manchmal gesagt wird, so Farang Kii Noc. Kii Noc ist Bird Shit. Im Prinzip Kii Noc heißt Vogel und Kii heißt halt Scheiße. Und Farang werden wie halb bezeichnet. Genau. Aber das ist halt so. Aber habe ich selber noch nie gehört. Nö. Aber nur als Erklärung für das Kii. Genau. Wenn du sagst, äh, ähm, Pombai Kii, wird auf jeden Fall jemand im Raum lachen, der Thai versteht, ja. Hey, Profaneo, wir kommen zurück. Schau doch mal rein. Es funktioniert nicht, wie es soll. Gut und nicht gut, quasi. Das muss ich ja mal auch. Willkommen zurück. Wir freuen uns, dass du da bist, aber nicht so gut, dass das nicht so funktioniert, wie du dir das gedacht hast, Profaneo. Ich habe übrigens, äh, die Schweine mal kurz dringelassen mit dem Insektenfleisch, ne? Ah, okay, ja. Dann könnt ihr es mal ein bisschen wegnommen. Äh, nee, wir haben keinen Liebesverstärker gebaut. Bisher noch nicht mal, Baumrinde. Ja, aber mega nice, dass es das hier gibt, ne? Ich gebe dir einen Sexverstärker. Ja, das stimmt. Wir bauen den Leit, Matul. Ja? Matul soll einen Sexverstärker kriegen? Der hat doch schon so hydraulische Komponenten. Oder der Ehemann von Sabishi. Oder der, ich glaube, der Ehemann von Sabishi hätte das. Hamburger Jung, ja. Der Hamburger Jung kriegt die Sexverstärker. Das war eine richtige Befriedigung, was stattfindet hier. Was machen denn insgesamt so eure, äh, Lese-Sprach-Fortschritte? Ähm, sie gehen vorwärts, Nigel, Nicolage. Also immer mehr, immer mehr Puzzleteile setzen sich da zusammen. Also das geht schon, das geht schon. Langsam, aber bestimmt. Wir hatten jetzt auch da quasi Pause, ne? Vier Monate hat hat gar keine Schule stattgefunden, Niklas, ne? Deswegen. Ähm, da mussten wir auch erstmal wieder ein bisschen, äh, Fahrt aufnehmen. Hallo, Munzana. Moin. Ja, hier sind wir. Wie jeden Dienstag. Aber du wirst nicht der Erste und auch nicht der Letzte sein, der das, äh, vergisst. Mal. Passiert, passiert. Munzana, ein Wunderschön. Hallo. Grüß dich, Munzana. Äh, äh, Sprach-Lese-Fortschritte. Ich würde mich persönlich... Okay, dann antworte mal. Ich hab da schon geantwortet. Mal sehen, was du sagst dazu. Ähm, sehr gespannt. Ich würde, ich würde schätzen, äh, wir sind so bei 5 bis 10 Prozent. Wir können so die Basics. Ähm, momentan unser größtes Problem ist, ähm, der Trick im Thai ist es, Dinge wegzulassen, anstatt Dinge hinzuzufügen. Ähm, seid ihr schon auf A2, B1 Niveau? Ähm, I don't know. Ich kann es nicht bewerten, weil ich ja nicht weiß, was in dem Test zum Beispiel... B1 sind diese Sachen zum Beispiel, wenn du außerhalb heiratest, dass du nach Deutschland kommen kannst. Richtig? Das ist B1. Äh, ich glaube, irgendwas mit A1 fängt das an, ne? Und so weiter. Ich, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie da das Niveau generell ist. Genau, das... Wir haben so einen Test noch nicht gemacht. Aber ich hab auch gehört, der soll gar nicht so einfach sein. Ich hab gehört, Leute aus Deutschland haben den Test gemacht und haben ihn nicht bestanden. Ja. Obwohl die Deutsch können. Also Deutsche haben den Test gemacht und haben ihn nicht bestanden. Ja, da sind dann aber auch, glaube ich, Dumme. Ja, oder was? Ähm, äh, grundsätzlich... Also wir können sagen, was wir mögen, was wir nicht mögen und so weiter. Was wir gerne machen, äh, wo wir hinwollen. Mhm. Ähm, das können wir sagen. Wie alt wir sind, woher wir kommen. Ähm... Hot Take, ja. Heinz-Kalt. Guck mal, wie wir den Megadest... Wieso? Ja, wieso? Ja, klar. Dann hat man halt die eigene Sprache nicht ordentlich gelernt, oder? Oder was? Na nun, das verwundert mich jetzt bei der aktuellen Sprachkultur nicht so. Hm. Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Stimmt schon. Ähm. Aber ansonsten, also wie gesagt, also... Hm. Also ich sag fünf bis zehn Prozent. Ich glaube, wir könnten, wenn wir mehr Tai sprechen würden, also öfters die Möglichkeit hätten, dann wären wir da deutlich weiter. Deutlich weiter. Sagen wir einfach, wir schaffen uns nicht oft genug selber die Möglichkeit. Die fällt uns nicht einfach zu. Wir machen das. So im 7-Eleven, wir schnacken da schon ein bisschen mehr manchmal. Versuchen wir. Hölzer an der Füße und einen Blitzsturm haben wir. Oh, Blitzsturm. Das ist nicht so super schlimm. Bisschen Feuer. Hölzer an der Füße, ja. Ja, Leute, aber mal ganz ehrlich, mal ganz ehrlich, Leute, wenn man den A1-Sprachentest in seinem eigenen Land, in seiner eigenen Muttersprache macht und den nicht besteht, den A1-Test, dann wird das, wenn diese Leute vermutlich nicht zur Elite gehören. Genau, zur akademischen Elite gehören, oder? Definitiv nicht, nein. Und das ist das, was ich sagen würde damit. Erd ohne Camp Malfall, hallo. Dass man Sachse oder Bayer kommen, was soll das jetzt? Nö, da habe ich noch gar nicht mal dran gedacht. Aber selbst wenn wir jetzt was sagen würden, würdet ihr es nicht verstehen, ihr könntet es nicht korrigieren und wüsstet nicht, ob wir es richtig tonal betont haben, also... Und wie würdet ihr im Vergleich zu vorher sagen, dass ihr euch bei Schildern etc. deutlich besser auskennt? Das große Glück hier ist, die 90% der Schilder sind hier auch noch auf Englisch. Genau, also lateinische Buchstaben. Genau, selbst wenn das auf Thai manchmal drüber steht, steht das dann drunter nochmal auf Englisch. Das ist ein großer Vorteil hier. Genau. Also da sind wir quasi von Tag 1 an gut drauf klar gekommen. Also Sprechen mehr als Lesen und Schreiben, definitiv. Lesen und Schreiben ist halt nochmal eine ganz eigene Nummer, weil halt, ja, 44 neue Buchstaben, ne? Und dann sind wir noch nicht mehr bei den Zollas. Also es gibt 44 neue Buchstaben, die ja nicht aussehen, die aussehen wie technische Zeichnungen. Nicht mal im Ansatz. Und dann gibt es auch nochmal 21 zusätzliche... Ich würde sie fast schon zu Buchstaben zählen. Ja, das sind so... Buchstaben, eigentlich sind das wie Makros. Das ist dann halt ein Zeichen, was aber mehrere Buchstaben hinzufügt. Das sind Modifikatoren fast schon, ja. Ja, aber sie modifizieren ja nicht, sie fügen ja eigentlich hinzu. Ja, stimmt. Und dann, finde ich, kommt nochmal dazu, was ich immer mal wieder vergesse, dass ein Buchstabe am Ende eines Wortes manchmal einen anderen Buchstaben ergibt, als wenn er am Anfang oder in der Mitte des Wortes steht. Also ein Gorgai ist am Anfang oder in der Mitte ein G, am Ende ist es ein K. Genau. Und das ist nicht nur beim Gorgai so, das ist bei den allermeisten Buchstaben so. Großhändler, sehr geil, jetzt wird hier verkauft. Was? Ja? Ja, ja, das ist echt schon, das ist sehr verwirrend. Aber das geht, das geht, so nach und nach. Pöpö, genau. Insektengelee kommt weg, ey. Oh, wir könnten ein paar Schweine verkaufen. Willst du? Ja, warum nicht? Nee, da sind nur named by, das ist nicht gut. Weg damit. Nee, 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 lass die doch mal. Wir können Enten kaufen. Was willst du denn mit Enten jetzt? Weiß ich nicht, haben. Liebhaben. Liebhaben. Wird das zu einem anderen Buchstaben oder einfach zu einem anderen Laut? Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Buchstaben sind es ja nur im Prinzip, weil wir das als Buchstaben kennen. Genau, eigentlich sind es Töne. Genau. Eigentlich sind es Töne. Es wird tatsächlich zu einem anderen Buchstaben auch, Jerry. Da gibt es richtig, wir haben da ganz viele Tabellen, wo dann genau steht, welcher Buchstabe das am Anfang oder Mitte wäre und dann gibt es noch eine extra Spalte, welcher Buchstabe das am Ende ist. Genau. So, wir müssen mal ein bisschen gucken hier. Das ist ja jetzt Quatsch. Das ist ja jetzt Quatsch. Was denn? Andere Stümer verkaufen Zuschauer, die Biber verkaufen ihre Zuschauer für Geld. Es ist ja noch nicht mal passiert. Aber hier diese Augenklappe aus Stoff. Ach, hast du hart da schon. So, wir nehmen 1000 Stahl und nochmal 360 Platz Stahl. Unser ganzes Geld ist weg, aber wir haben hier nochmal richtig Stahl am Start. Ja, visualisierte Töne. Genau. Das ist ja dann jeder Buchstabe auch. Ja, nur das, nur Thai bringt es auf noch ein komplett anderes Level nochmal, finde ich. Ja, das finde ich auch, ja. Wie genau? Hat die Sprachschule denn ein Ziel, auf welches Niveau sie euch führen soll? Ich wüsste jetzt kein Niveau, was man so benennen kann, aber der Kurs, den wir machen, ist halt der erste Einsteiger, Thai für Einsteiger oder so. Es gibt dann auch noch Pre-Intermediate. Wir sind eigentlich im Pre-Intermediate-Status. Genau. Dann gibt es Intermediate und Advanced. Richtig. Und dann kommt halt irgendwann, also umso mehr du, die Sache ist halt nachher die, also du musst halt erstmal das, sobald du das Basic-Wissen drin hast, wie sich das grammatikalisch halt alles zusammensetzt, wie die Grammatik im Thailändischen ist, danach ist es so, wie wir zum Beispiel, wenn du jetzt als Deutscher Englisch lernst, danach musst du nur noch Vokabeln lernen. Also du musst halt erstmal das verstehen. Ja, und die Grammatik natürlich. Genau, ich sage, die Grammatik, die Grammatik plus, es ist sehr, 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 sehr schwierig zu erklären für uns noch. Du hast einen Buchstaben, den schreibst du. Dieser Buchstabe hat eine Klasse. Low, Middle oder High Class. Dieser Buchstabe macht einen Ton. Wenn du einen anderen Buchstaben dahinter her setzt, der aber ein Mittelton, ein Mittelclass-Buchstabe ist, verändert er den ersten Buchstaben, der einen High Class-Ton hatte. Und das ändert, und diese, die Zusammensetzung, diese zwei oder drei Buchstaben ändern den Ton nochmal wieder. Oh, Jerry. Okay, weil im Luxemburtschen gibt es zum Beispiel vier Möglichkeiten für das G. Oh, im Thai gibt es fünf oder sechs Möglichkeiten für das K übrigens. Genau, es gibt, also im K gibt es Kor-Kai, Kor-Kuat, Kor-Kon, Kor-Kwai, Kor-Kruang, 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 Kor-Kruang. Und solche Sachen. Aber jeder K-Buchstabe hat auch übrigens abfeilenden Ton. Alle gleich. Alle gleich. Die Sache ist die, wo dann differenziert wird, ein Wort, was zum Beispiel Kor-Kon, ist auch ein K, aber das ist ein K für Kon. Kon bedeutet, es heißt Mensch, People. Das ist ein Classifier für die Klassifizierung. Wird auch nur dann da verwendet, so in der Art. Wenn es vom Sinnhaften in diese Richtung Mensch geht, dann die Wörter. Genau, nimmst du diesen Buchstaben und nicht Kor-Kuat. Weil Kor-Kuat ist eine Bottle, ist eine Flaschenbottle. Sehr, sehr abgefahren auf jeden Fall. Oh, no safe, moin moin. Sprachen werden in folgenden Geraden aufgeteilt. Aufsteigend unterteilt. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Okay. Ah, B2 dafür steht, dass man sich sehr gut unterhalten kann. C1 und C2 sind akademische Gerade. Oh, kennen sich aber aus, no safe, nice. B2 wird bei den meisten Arbeitsbewerbungsgesprächen vorausgesetzt. Okay. Alles klar, cool, no safe, gut zu wissen. Ja, Graf Schlaf, wir haben im Stein blaues Licht, um die Ferkel zu beruhigen. Ja, das beruhigt ja auch, ne? Großhändler ist in der Nähe. Hast du gerade schon gemacht, ne? Ja, habe ich alles schon. Mathur hat eine Programm, die sich geprügelt? Was ist Mathur? Ey, sehr gerne, Niklas, sehr gerne. Ist halt auch interessant für uns, ne? Das ist halt eine ganz neue Sprache, die halt so gar nichts mit irgendwas zu tun hat, was man vorher mal gelernt hat. Weder mit den Buchstaben, noch mit der Grammatik, noch mit irgendwas. Das ist schon sehr abgefahren. Aber je mehr man darüber lernt, desto mehr weiß man das auch zu schätzen. Ja, also umso mehr baust du auch ein gewisses Verständnis auf, auch kulturell. Ja, tatsächlich. Warum etwas wie gesagt wird und was vom Sinnhaften, da erlangt man so viel mehr Verständnis für die Kultur. Ja, das ist genauso wie für Leute, die jetzt das Tinglish zum Beispiel sich komisch anhört. Thai-Englisch. Ich kann jetzt verstehen, warum es so ist. Ich kann verstehen, warum es so ist und das hat nichts damit zu tun, dass die Leute dumm sind oder so. Nö, die reden einfach dann Englisch mit Thai-Grammatik. Es geht in die Richtung auf jeden Fall. Pille, du hast mehrmals Mathur gebissen. Da kamen sogar Sachen, macht er fähig von seinem Gebiss Gebrauch. Stimmt, die eine Gun hier oben ist ein bisschen kaputt. Ja, wird gleich repariert. Deswegen leuchtet die Dragon Ball One. Hallo erstmal, moin. Aber lass mal so langsam von dem Thema wieder wegkommen. Ich glaube, da können nicht so viele Leute relate. Nee, nee, das interessiert auch nicht so viele. Also Sprache finde ich halt persönlich super interessant. Ist halt mega nice. Falls das vorhin untergegangen ist, ihr könnt das Schwein mit meinem Namen gerne schlachten oder verkaufen. Wäre für mich kein Problem, denn so helfe ich ja auch der Kolonie. Also, Menedo, danke schön. Ja, wenn es zur Not, wenn es dazu kommt. Du bist übrigens gerade Mama geworden. Also, Menedo, genau. Du hast dich jetzt um dein Junges zu kümmern. Richtig. Du musst es noch säugen. Schwenglisch, Schwedisch, Englisch. Das ist irgendwie niedlich. Okay. Obwohl ich auch gehört habe, die Schweden sprechen sehr, sehr gutes, sehr klares Englisch. Schweden sowieso ist in einigen Sachen so... Also, aus ganz, aus mehreren Richtungen schon irgendwie gehört. Was ich über Schweden gehört habe, ist halt, dass sie halt auch... Man denkt ja immer, Deutschland ist super korrekt, überkorrekt. Die Schweden sind genauso oder noch schlimmer. Ja, das kann sein. Ne? Forsen, ja. Forsen. Spiciman, 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 Spiciman. Aber Forsen ist halt auch, Forsen ist ein besonderes Exemplar, oder, Chiri? Da sind wir uns ja einig, oder nicht? Er ist einzigartig auf Twitch. Der ist auch so ein Mensch, der versucht seit vier Tagen oder seit fünf Tagen bei Minecraft einen Weltrekord aufzustellen. Macht er einfach. Macht er einfach. Hängt er sich rein, macht er einfach. Macht er. Vorher hat er noch nie Minecraft gespielt. Weiß ich nicht. Ne, hat er auch geschrieben. Fahelmoor. Und das und das ist respektierig. Hm, das war ja.